willkommen zu einer weiteren folge von let's play minecraft die sonne geht jetzt gerade wieder unter ich überlege gerade ob wir noch mal was am lagerhaus machen wir könnten wir haben jetzt einen haufen wir könnten dort ein bisschen was arbeiten irgendwo noch von außen mann ohne sich erinnern muss schweini viel zu futtern haben wir leider nicht mehr ich nehme fast an das genau das ist bürkenholz dieses was hier rundherum ist aber das wird wieder reichenholz sein ok dann gucken wir einfach mal ob wir das irgendwie hinkriegen so Untertitelung des ZDF, 2020 So, und hier bohren wir keins. Jetzt ist es hier ganz schön düster, müssen wir mal eine Fackel setzen. Mehr Birkenholz ist doch dann auch gar nicht verarbeitet. Theoretisch könnte man sogar hier noch was reinbauen. Ugly-duckly, ähm... Wir möchten ein paar Steine. Ich nehme mal noch ein Stack mit. Dann können wir vielleicht das nächste Geschoss nämlich auch gleich noch machen. Ja, vielleicht. Da unten ist was, oder? Ja, vielleicht. Ja. 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 So, Spitzer geht. 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 So, jetzt muss ich das schön abbauen können. Sehr gut. Das ist sehr gut, Minecraft. So, zack, 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 zack. Spiel mandate. So, Spitzer geht. Zwei Stacks werde ich wohl nur brauchen. Zwei Stacks Zwei Stacks Zwei Stacks Zwei Stacks Zwei Stacks Das ist das hier genauso. Sehr schön. So, haben wir so durchgeschafft. Die 40 Steine nehme ich jetzt einfach mal mit, würde ich sagen. Gucken wir mal nochmal runter, ob da jemand guckt. Nö. Aber immer noch ein bisschen Holz übrig. Insteck. Eigentlich brauchen wir später gar nicht so viel. 11 Kisten. Okay. Scheißdorf machen wir jetzt leer hier. Was war das? Ist das eine Hexe? Alter, kriegt man ja Schiss bei. Tatsache. Oh, das ist ja richtig eklig. Da habe ich ja leicht ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Oh, oh, jetzt hat sie uns. Alter. Die macht mir Angst. Krass, dass die neue Sounds auch noch mit eigentlichen Fragen sind. Finde ich gut. Aber am liebsten würde ich mir momentan so ein paar Bauten noch wünschen, die öfter mal vorkommen. Nicht nur die normalen Dörfer. Irgendwas. Alter. Irgendwas cooles noch. So, dann sind wir hier mit durch. Na ja, Mr. Creeper. Tschüss. Und dann machen wir hier nämlich. Wieder in folgen Poesien Spitze. Ich bedanke mich. Bis dann.